Wer dem Grollen des V8-Motors eines De Tommaso Pantera lauscht, weiß, hier handelt es sich um einen außergewöhnlichen Sportwagen. Der aus Argentinien stammende Rennfahrer und Geschäftsmann Alejandro De Tommaso war dabei, seine Autoträume in Italien zu verwirklichen. Mit dem Geld seiner Ehefrau Isabel Haskell, der wohlhabenden Enkelin von William C. Durant, dem Gründer von General Motors. Nachdem der Vallelunga und der Mangusta keine Kassenschlager wurden, sollte der Pantera endlich die Kasse zum Klingeln bringen. De Tommaso kaufte erst einmal ein. Carrossiere, Ghia und Vigiale gehörten ihm und er suchte den Zugang zum US-Markt, weshalb er ein Joint Venture mit Ford einging. Daraus ging der Pantera hervor, der De Tommaso weltberühmt machen sollte. Kantig, kantig und ultraflach, so war der Mittelsportwagen eine günstige Alternative zu Ferrari oder Lamborghini und wurde in den USA zum Erfolg. Beim Pantera diente ein 351 Cleveland V8-Motor mit 5,7 Litern von Ford als Antrieb. Ein Motor, der speziell für den Rennsport entwickelt wurde. Das keilförmige und geradlinige Design des Pantera wurde von Ghia's Designchef Tom Giada gezeichnet. Gebaut wurde der Pantera bei der Karosserieschmiede Vigiale. Ab 1971 besaß De Tommaso in Modena eine eigene Fertigung für die Pantera-Modelle. Dank des ausgewogenen Gewichts zwischen der Front und dem Heck durch den Mittelmotor liegt der Pantera sehr sportlich auf der Straße und überträgt sein Leistungsgewicht direkt auf den Asphalt. 51 Prozent des Gesamtgewichts liegen auf der Hinterachse. Allerdings bringt eine falsche Lenkbewegung auch eine direkte Reaktion mit sich und kann schnell werden. Denn immerhin wirken 330 PS. Das Fünfgang-Schaltgetriebe ist direkt mit der Hinterachse verbunden. Der Innenraum des Pantera ist sehr geräumig. Ein geschickter Schachzug, um dem US-amerikanischen Markt gerecht zu werden. Allerdings fiel die Geräuschstärmung sehr zurückhaltend aus und durch den Mittelmotor heizt sich der Innenraum bemerkenswert schnell auf. In den USA wurde der De Tommaso Pantera in den Showroom von Lincoln Mercury verkauft. Ford hatte bald Absatzprobleme mit dem Pantera, was den Ruf des Pantera schädigte. Über die tatsächlichen Produktionszahlen gibt es unterschiedliche Aussagen. Es wird geschätzt, dass rund 7000 Exemplare gebaut wurden. Die Produktion des ersten Pantera-Modells wurde 1976 eingestellt.